Also es ist angeblich der mit dem Hänger von Passau kommend da eben zum Halten gekommen, hat eben umkehren versucht und in dem Augenblick, wie er eben umkehren wollte, ist die verunfallte schwangere Frau eben ihm dann auf die Seite reingefahren. Die wurde eben mit dem Rettungsdienst abtransportiert und zur Kontrolle eben ins Krankenhaus gebracht.